Der Club der Draußenbleiben Dürfenden, im Gegensatz zu denen, die reingehen müssen, hat begonnen mit dem Puritanismus, der Verbannung der Raucher aus den öffentlichen Räumen, den Bahnhöfen. Und jetzt ziehen sie das wieder mit Corona durch. Das ist doch gut so. Wer will schon reingehen, draußen ist es viel angenehmer und man trifft Gleichgesinnte, die wenigstens locker sind und nicht verängstigt.